Ah, Hilfe! Man überbaut, man überbaut! Wir können doch nicht alle so weiterfahren. Papa! Anhalten! Wo bleibst du? Oh nee, ey. Ich glaube, da kommt schon wieder so ein Flüchtling. Ja, echt, ey. Lasst mich doch in Ruhe, ich habe euch nichts getan. Hallo meine Damen und Herren, ich möchte heute mit Ihnen fragen, die Flüchtlingskrisur sprechen. Es kann nicht sein, dass die Deutschen die Tieren besser waren, als die Flüchtlinge. Die schlafen in 30 Minuten oder mehr in einem kleinen Raum, wo Matratzen auf dem Boden sind. Aber da kommt schon wieder auf dem Boden. Wird die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge. Das ist die Flüchtlinge. Das ist die Flüchtlinge. Das ist die Flüchtlinge. Das ist die Flüchtlinge. Dass ich die Flüchtlinge.